Hallo Einzigartige, ich bin es wieder, ich bin der Ella und heute backen wir zusammen leckere Kekse. Hierfür benötigen wir Mehl, Vanillezucker, Puderzucker, Eigelb und Margarine. Als erstes wiegen wir uns 300 Gramm Mehl ab. Ich habe jetzt dafür ganz normales Weizenmehl genommen mit Typ 405. Dann kommt eine Tüte Vanillezucker dazu und 100 Gramm Puderzucker. Das wird einmal miteinander vermischt mit einem Esslöffel zum Beispiel. Ihr könnt auch einen Kochlöffel nehmen oder einen Teigschaber, ganz egal. Nachdem ihr das vermischt habt und 200 Gramm Margarine dazu und als letztes ein Eigelb. Die Margarine tue ich mit dem Löffel noch ein bisschen in kleinere Stückchen teilen. Ich habe vor meinen Händen gewaschen und dann knete ich den Teig schön mit meinen Händen. Am Anfang denkt man nicht, dass es wirklich ein Teig wird, weil es sehr mehlig ist. Aber durch die Hitze von euren Händen schmilzt die Margarine. Am Anfang kneten tue ich eigentlich mit den Fingern, nehme ich das so in die Hand und dann drücke ich mit dem Handballen nach unten gegen die Schüssel. Ja, ihr seht, wie der Teig jetzt immer klebriger wird. Wenn euer Teig so aussieht, dann ist er perfekt. Ich tue jetzt den Deckel drauf. Ihr könnt aber auch den Teig in eine Frischhaltefolie einwickeln, wenn ihr wollt. Und jetzt kommt euer Teig eine Stunde lang in den Kühlschrank. Nun bemehlen wir die Arbeitsfläche. Dazu nehme ich ein bisschen Mehl in die Hand und streue das hier einfach so drüber, verteile es ein bisschen. Der Teig war jetzt eine Stunde im Kühlschrank. Den hole ich jetzt raus. Wir mehlen auch hier ein bisschen die Oberfläche und das Nudelholz. Und dann rolle ich den Teig ungefähr vier Millimeter dick. Schön gleichmäßig. Hier an der Seite habe ich schon ein Backblech, wo ich ein Backpapier drauf gemacht habe. Ja, und dann geht's schon los. Ich nehme jetzt ein Herzchenausstecher, oder zum Beispiel. Ich steche da ein. Upsala. Und lege das Plätzchen dann aufs Backblech. Ich mache jetzt immer ein paar von den gleichen. Erstmal. Auf dem Blech auch ein bisschen Abstand lassen, weil die Plätzchen ein kleines bisschen aufgehen. Einfach schön ausstechen, bis der Teig fertig ist. So. Ihr seht, ein Backblech habe ich jetzt fertig. Die restlichen Teigstücke nehmt ihr euch so zusammen. Und knete das nochmal zu einer Kugel. Arbeitet relativ schnell, weil sonst wird der Teig zu weich. Und dann ist es schwierig, den Teig auszustechen. Und wiederhole den Vorgang, wie gerade eben. Hier ausstechen und aufs Backblech legen. Ihr seht, der Teig wird immer weniger. Falls der Teig mehr wird, habt ihr was falsch gemacht. Aber auch lustig, wenn der Teig mehr werden würde. Bei jedem Mal, wo man aussticht. Fertig ist er. Ich habe den Backofen vorher schon mal vorgeheizt. Und zwar auf 180 Grad Umluft, weil ich zwei Backbleche habe. Und da tue ich jetzt unsere schönen Kekse rein für 10 bis 15 Minuten. Je nach Backofen. Und ich tue direkt beide Bleche gleichzeitig rein. Und den Backofen arbeiten lassen. Zwölf Minuten später und unsere Kekse sind fertig. Der Backofen ist natürlich noch heiß. Deswegen benutze ich Topflappen. Und hole die jetzt aus. Mhh, das riecht schon so lecker. Also das riecht aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Irgendwie blendet die Sonne zum Licht. Egal. Ich tue die jetzt noch auf unseren Herd stellen, damit sie abkühlt haben. Oh, voll die süßen Häschen. Wenn sie noch hell sind und an den Rändern so ganz, ganz, ganz leicht bräunlich. Genau, hier habe ich Enten gemacht. Liebkuchenmänner, Pilze, Blumen und Herzchen. Ja, die lasse ich jetzt noch hier so auf dem Herd abkühlen. Jetzt kommen die abgekühlten Kekse in eine Dose. Mhh, mhh, mhh. Die besten Kekse. Vielleicht konnte ich euch auch inspirieren, diese leckeren Kekse nachzubacken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.